Hi Cuties und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mischa und heute geht es um DM-Neuheiten. Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht drehen oder es war gar nicht geplant. Ich war einfach im DM drin, weil ich gehe immer rein. Auch bei Rossmann, das ist Standard, um einfach zu gucken, gibt es überhaupt was Neues. Meistens gibt es schon immer was Neues, aber nicht so viel auf einmal. Und dann dachte ich so, oh krass. Weil es gab ein paar Sachen, die ich unbedingt haben wollte. Da dachte ich, ich gucke mal rum und dann habe ich einige Neuheiten entdeckt, die ich richtig spannend und cool fand. Und so kam das Video jetzt zustande. Das heißt, ich zeige euch einige neue Neuheiten. Natürlich, es gibt viel mehr, aber ich habe jetzt nur das genommen, was mich interessiert, was ich mag und so. Und ja, so starten wir mit einer Kollektion, die es seit einem Jahr jetzt gibt. Und die ist von Viet Cosmetics. Und zwar sind es die kleinen Zodiac Paletten. Die sind jetzt vollzählig mit dem Sternzeichen Schütze. Und ich habe davor kein Video dazu gedreht, weil ich Schütze bin. Ich habe am 20. Dezember Geburtstag. Ich freue mich schon mega drauf. Ich liebe meinen Geburtstag. Aber egal, das soll nicht in dem Video sich handeln. Auf jeden Fall gibt es jetzt alle Paletten bei DM zu kaufen. Ähm, ich finde es auch richtig schön und keine Ahnung, ich finde es richtig geil. Und ähm, ich habe die Schütze, Schützen, Schützepalette, Schützen, Paletten, Te, whatever, gefunden, gesehen und dachte, okay, die nehme ich sofort mit, weil, ja. Und ja, ich finde sowas echt cool. So sieht die einmal aus mit dem Packaging. Ähm, steht auf Englisch Schütze. Ähm, ich spreche es lieber nicht aus. Die wissen alle, dass ich es falsch ausspreche. Sieht einmal die Palette aus. Ich finde die Farben sehr, sehr, sehr schön. Die sind sehr neutral. Aber man kann wirklich was Schönes machen, finde ich. Ähm, ihr habt nämlich hier Thema Lila hauptsächlich. Also, in der Mitte ist ein wunderschöner Lila-Ton. Dann habt ihr hier noch drei Schimmertöne und der Rest ist, ähm, neutral, ein Base-Ton oder Lila. Also, was ich hier richtig geil fand beim Swatchen, der ist dunkel-Lila, das ist ein Pastell-Lila und ihr habt den Base-Ton. Und ihr könnt hier wirklich auch super neutral gehen. Also, gefällt mir sehr, sehr gut die Palette. Was ich nicht ganz verstehe, wieso das hier blau ist, weil das Thema so lila-neutral bisschen. Deswegen hat mich das voll gewunden, dass das hier blau ist. Ich hab dir auch einen Spiegel dabei. Ich finde die Palette sehr gut, so zum Reisen, zum Mitnehmen. Zur Info, ich werde in den kommenden Videotagen eine Review zu dieser Palette drehen. Und falls du kein Schütze bist, keine Sorge. Diese Paletten haben, glaube ich, im Großen und Ganzen die gleiche Formulierung. Das könnt ihr euch so merken, dass eine Kollektion immer die gleiche Formulierung hat. Klar, wenn jetzt eine andere Kollektion wäre, vielleicht ein bisschen andere im Vergleich. Egal, ob du Krebs bist, Zwilling, Jungfrau oder so. Die Pimentierung, wie die sind, ist ungefähr ähnlich. Das heißt, jetzt abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. Ich würde mich erstens sehr drüber freuen, über ein kostenloses Abo. Und zweitens, falls du sehen möchtest, wie die Palette oft im Auge performt, ob sie sich lohnt. Weil 15 Euro ist schon etwas teurer. Nur als Vergleich habe ich jetzt auch hier die Zodiglof Science Palette. Und das ist schon ein großer Unterschied. Die Palette kostet 25 Euro und die kostet ungefähr 15 Euro. Deswegen bin ich mega gespannt, wie die performen wird. Also mit der Love Science Palette habe ich diesen Look, wie gesagt, geschminkt. Und ja, ich bin total gespannt. Also bleibt up to date, wenn ihr wissen wollt, ob sich das Geld lohnt. Weil die Idee an sich finde ich echt süß mit den einzelnen Paletten für den jeweiligen Sternzeichen. You know? Jetzt kommen wir zu etwas, wo ich mich mega gefreut habe. Und zwar ist es eine Tuchmaske für die Augen. Also um die Augen herum wirklich direkt. Und das fände ich erstmal richtig geil, weil das meiste ist so Anti-Aging. Ich zeige euch vornherein, ihr solltet das nicht vorbeugen, weil das tut eure Haut nicht gut im Endeffekt. Die entspannt sich und dann kriegt ihr erst recht Falten, wenn ihr dann aufhört. Und ja, ich weiß nicht, ob man mit 20, 16, 25 anfangen will, mit sowas anzufangen. Wisst ihr, was ich meine? Genau, also das ist jetzt keine Anti-Aging-Maske. Also ich habe nochmal extra nachgeschaut, weil ich möchte nicht vorbeugen. Und ich finde es einfach schön, für die Augenpartie mal was zu haben. Weil, klar, du reibst schon so ein bisschen in deinem Gesicht. Aber hier, die Haut an deinen Augen sind extrem, naja, wie soll ich sagen, sehr, sehr dünner, feiner im Vergleich. Wenn du das Augen-Make-up entfernst, dann reibst du automatisch. Das ist ja irgendwo logisch. Und ich finde es sehr schön, dass man halt jetzt auch so eine Möglichkeit hat, dass man eben diese Partie praktisch so ein bisschen entspannen kann, ein bisschen, wie soll ich sagen, pflegen kann. Das Tipp steht hinten auch im Kühlschrank aufbewahren. Also ich mache die jetzt mal im Kühlschrank, mal gucken. Vielleicht teste ich die in den nächsten Tagen aus. Bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass es endlich was für die Augenpartie gibt, was jetzt nicht immer Anti-Aging ist. Also ich freue mich wirklich krass drüber. Bleiben wir erstmal bei Balea. Und zwar, das gibt es schon ein bisschen länger. Ist aber immer noch eine Neuheit. Ist es festes Shampoo. Ich finde es so geil, die Idee. Ich habe es noch nie ausprobiert. Und es ist halt immer noch eine Neuheit. Es ist jetzt nicht so, dass jeder auf dem Schirm hat und jeder es ausprobiert hat. Und ich interessiere mich jetzt extrem dafür. Und ich dachte, komm, ich nehme es mal mit. Ich habe es dann zufällig entdeckt. Also ich war nicht auf der Suche danach. Das ist Vanilla Sky mit Vanillenduft und ohne Silikone für jedes Haar. Ich liebe Vanille. Ich freue mich extrem, dass es Vanille gibt. Weil meistens gibt es Vanille nicht oder nicht so oft. Und das finde ich echt geil. Das reibt ihr euch auf die nasen Haare, als wäre es praktisch so ein Seifenstück. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was ich meine. Ja, ich bin mega gespannt. Das werde ich auch in den nächsten Tagen mal ausprobieren. So, und jetzt kommen wir zu einer nagelneuen Limited Edition. Und zwar von Catrice. Und zwar geht es um das Thema, würde ich mal sagen, Silvester. Alles sehr viel Glitzer. Und ja, ich fand es an sich sehr cool. In der LE gibt es zwei Paletten. Eine Highlighter-Palette und so drei Lippenstifte mit Glitzer drin. Ich habe nur eine einzige Sache dort mitgenommen, die mich wirklich interessiert hat. Und zwar eine von den zwei Paletten. Bevor wir zur Palette an sich kommen, guckt euch mal an, wie geil dieses Packaging ist. Also richtig geil mit Glitzer. Und ihr könnt, glaube ich, gut sehen, da kommt kein Glitzer ab. Das heißt, es ist für mich sehr qualitativ. Weil die meisten machen so Billigzeug hin, dass wenn du es einmal anfasst, überall Glitzer bleibt. Ich glaube, wir kennen das alle von so einem 1-Euro-Shop, ganz ehrlich. Und ich finde es echt cool. Ich finde, das Design ist was Besonderes. Es ist schön, es ist girly. Aber auch so richtig glamorous woman. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde es richtig geil. Wenn wir die Palette öffnen, haben wir hier oben ein Spiegel mitzureden. Und hier ist es matt-schwarz. Also das Packaging finde ich hier sehr schön. Ich finde, die Farben stechen viel besser hervor. Das ist einmal, würde ich mal sagen, die Neutral Warm Tone, leicht in Orange-Rot-Richtung. Finde ich sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Farben sehr schön. Also ihr habt hier 1, 2, 3, 4 Schimmertöne, 4 Matte. Und hier in der Mitte ist so ein grob glitzernder Lidschatten. Es gibt noch eine andere Palette. Aber vom Packaging komplett gleich. Aber die Farben sind alle im Bering-Bereich. Und für mich war es nicht schwierig auszusuchen, weil die L.E. von Essence ist total bering und hat genau dieselben Farben fast. Und zwar könnt ihr, glaube ich, jetzt sehr gut sehen, hier geht es wirklich so ins Warme und hier ist es so bering. Und die zweite Palette von Catrice, die ist auch in diesem Bering. Die haben auch so ein, ich glaube es ist sogar den identischen Rotton in der Mitte, wo ich jetzt diesen Orange-Gold habe. Also sehr ähnlich. Und da ich eben diese Palette schon habe von der Essence L.E., habe ich bei der Catrice eben die Variante genommen. Aber ich muss ehrlich sagen, die andere Palette fand ich auch sehr schön. Das heißt, hätte ich die von Essence nicht, müsste ich echt überlegen, welche ich mitnehme. Aber in dem Fall habe ich jetzt die mitgenommen. Ich finde sie auch wunderschön und bin mega gespannt. Die erinnert mich, um ehrlich zu sein, etwas irgendwie an Huda Beauty, muss ich ehrlich sagen. Und ich werde eine Review zu dieser Palette drehen, selbstverständlich. Und zwar beim nächsten Video. Das heißt, jetzt habt ihr zwei Gründe, um mich zu abonnieren. Denn es gibt einmal eine Review zu dieser neuen L.E., zu dieser Palette, wie die ist. Ich meine, die kostet ja auch, ich glaube fast 7 Euro. Und genau, dass ihr einfach wisst, wie die Palette ist. Genau, jetzt abonnieren, um nichts zu verpassen. Da dachte ich jetzt auch noch kurz, wieso ich nur die Palette mitgenommen habe. Ich hätte mir sehr gerne noch einen Lippenstift mitgenommen. Das Problem ist aber, alle drei sind in die Richtung Rosa-Berry gegangen. Also wirklich perfekt zu der anderen Palette. Und nichts in dem Bereich, also nichts zu dieser neutralen, orangen, wärmeren Palette, sondern wirklich alles in dieses Beriger. Es gab auch so ein Dunkelrot, das ging aber auch mit dem Unterton ins Berige. Und das hatte ich ein bisschen Schade, weil wäre es wirklich so ein wunderschönes, sattes Rot gewesen, natürlich mit der Schimmerpartie, dann hätte ich den auch mitgenommen und ausprobiert. Aber so, finde ich, hätte der gar nicht reingepasst, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich da nichts mitgenommen. Und bei der Highlighter-Palette, die fand ich nicht so gut, muss ich euch ehrlich sagen. Die hatte genau das Packaging wie die Paletten. Sah sehr schön aus, waren auch drei Diamanten drin als Highlighter, so Baked-Highlighter praktisch. Aber beim Swatch waren die so schwach und 10 Euro dafür auszugeben, macht für mich keinen Sinn, weil ich habe auf den ersten Blick gemerkt, die ist für mich persönlich einfach nichts. Die ist mir zu schwach. Und wie gesagt, wir haben heute Dienstag und am Donnerstag kommt dann die Review zu dieser wunderschönen Palette raus. So, und wir haben es fast geschafft. Wir kommen jetzt zum letzten Produkt. Und zwar ist das von BB ein Lip Scrub. Fand ich richtig toll. Das steht sogar neu. Also das ist auch neu. Ich habe es noch nie gesehen. Und ich habe es natürlich in Vanille genommen. Also am geilsten, so vom Gerücht und vom Geschmack her, mag ich wirklich Vanille, so beerig, so Himmel in der Richtung. Und so Pfirsich-Maracuja. Sowas finde ich richtig geil. Ich habe jetzt Vanille mitgenommen. Es gibt noch, glaube ich, vier andere, drei oder vier andere Sorten. Unter anderem war da Popcorn. Ja, und Sachen, die ich nicht mag. Die haben mich wirklich null interessiert. Deswegen weiß ich es gar nicht mehr wirklich. Also Popcorn weiß ich war noch dabei. Und noch ein paar andere. Nichts in dem, was ich mag, in dem Stil. Also nichts beeriges oder so Pfirsich-mäßiges. Und so sieht das einmal aus. Also da ist wirklich nur so ein Sticker drauf. BB. Finde ich ehrlich gesagt so lala. Also ich habe drei Euro bezahlt. Für drei Euro finde ich es noch okay. Ich hätte mich gefreut, wäre es ein bisschen schöner gemacht. Weil das sieht aus wie so 0815-Verpackung ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, Leute. Ich sage es euch. Wenn ihr zu Starbucks geht und übelst gern Vanilla Frappuccino trinkt. Das ist eins zu eins der Geruch. Eins zu eins. Ich sage es euch. Ich schwöre es drauf. Das riecht richtig geil. Das riecht richtig nach Starbucks. Also das macht jetzt das Packaging wirklich wieder gut. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Sieht so ein bisschen gekocht aus. Da sind so ein paar kleine, wie heißt das? Nicht Bällchen. Luftblasen. So, jetzt haben wir es. Genau. Da ich jetzt gerade nichts auf den Lippen drauf habe, werde ich den einfach mal testen. Also das ist echt spannend, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich so mit meinen Fingern normal reingehe, kommt nicht so viel mit. Ich bin jetzt so ein bisschen mit meinem Nagel rein, dass ich so ein bisschen Produkt habe. Und erst wenn ihr wirklich das Produkt so einmassiert, spürt man die kleinen Scrub-Partikel. Also von diesem Peeling her. Wie nennt man diese kleinen Stückchen? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, das schmeckt auch wie ein Starbucks-Frappuccino. Das steht nicht zum Verzeih geeignet, aber du schmeckst es ja automatisch meistens. Es schmeckt einfach so. Es ist halt einfach... Okay, es schmeckt ein bisschen weniger als der Geruch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es doch richtig cool. Tut gar nicht weh. Ist sehr pflegend, finde ich. Also ist wirklich so angenehm. So ein bisschen Lipscrub, aber nicht zu viel. Und ich habe das Gefühl, das pflegt auch sehr schön. Also wenn ihr Starbucks in die Handtasche haben wollt, dann gönnt euch den. Also den finde ich echt klasse. Was ich euch noch gar nicht gesagt habe, bei der kleinen Zodiac-Palette, also die Schütze, habe ich mir alle Paletten angeschaut dann im Laden, weil ich habe überlegt, mir mal eine zu kaufen. Und dann habe ich es auf jeden Fall am Ende keine gekauft, weil ich mir vor unsicher war. Und ich habe alle in echt angeschaut und ich fand alle in echt echt schön. Also es gab ein paar, die haben mich richtig gecatcht. Also ich glaube, Taurus war einmal, dann ich glaube, Scorpio und dann gab es auch eine mit ein paar Pastellfarben mit drin. Also eigentlich fand ich alle geil. Es gibt auch in einer Palette ein Neongelb. Das habe ich geswatcht und das war wirklich Neongelb. Also ja, weil ich echt krass fand. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Palette auf dem Auge funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was du von den Neuheiten cool findest, was du dir kaufen würdest, was du eher nicht so cool findest. Würde mich mega interessieren. Und abonnieren nicht vergessen vielmehr. Ich bin dreimal die Woche für euch da. Und es gibt in den nächsten zwei Videotagen zwei neue Palettenreviews, die aktuell sind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dann auch vorbeischauen würdest. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann!